So, kurz bevor wir die Folge beginnen, muss ich sagen, dass ich diese komplette Folge nachsynchronisiert habe, weil wir bei der ersten Folge eben, ähm, ich mitbekommen haben, dass Order City falsch eingestellt war und meine Stimme nicht aufgenommen hat, aber wir konnten eben die ganze Zeit über Skype reden, das heißt, die hatten unterschiedliche Mikrofone sozusagen ausgewählt, irgendwie bei Order City hatte ich da irgendwas umgestellt, egal, auf jeden Fall ist nur diese Folge wirklich, zum Glück haben wir es dann mitgekriegt, ähm, nachsynchronisiert, ähm, Ja, ich habe hier verkraftet, das heute mal und jetzt, äh, viel Spaß mit der Folge und dann hört ihr mich auch gleich schon wieder, bis gleich! Eskalation! So, wir sind mal wieder bei Feed the Beast mit allen vieren gemeinsam. Feed the Beast Together, heute mal alleine, ja. Ja, weil noch keiner auf dem Server ist, nehme ich auch so, oder Philipp, also es waren eigentlich alle. Was? War ja auch noch nicht auf dem Server ist, außer dafür. Schon wieder? Egal. Es sind alle dabei, wie ihr hier hört. Gieß, Liga. So, mein Jetpack muss ich aufladen. Das ist besser. Und das ist noch drin. Huh. Ich bin gewieft. Hä, die, die sind wohl auch Musik an. Ja eben, stimmt. Musik habe ich an der Stelle noch angemacht, war ja wichtig. Und dann musst du in die Hände klatschen. Ja genau. Ich muss in die Hände klatschen, damit es losgeht. Oh, okay. Und ich kann die einzelnen Tracks mit, äh, auswählen, die auf die, je öfter ich klatsche, wenn ich also 100 Tracks habe, muss ich 100 Mal klatschen, damit ich den auswählen kann. Ja, das ist genial. Was haben wir für Rohre? Furore? Ja, das ist genial. Diesel, Dieselgenerator, Jungen. Jo. Philipp, ich erforsche ein bisschen. Winddiesel. Sehr gut. So, wir brauchen MFEs. Warte. Und ich weiß gar nicht, ob ich gesagt hätte, dass der Jonas den machen soll. Keine Ahnung. Ich glaube ja, der Jonas soll den MFE machen. So, wir brauchen MFEs. Und ich habe dann, werde demnächst ein paar von Wärter bauen, damit wir die da anschließen können, die Dieselgeneratoren. Ja, haben wir da noch einen? Ja, wir brauchen aber noch einen. Und der KM2 Jonas gewieft. Toll. Ja. So, kann man nämlich dann endlich den Dieselgenerator in Betrieb nehmen. Da unten links fehlt, jetzt wo ich stehe, fehlt es ja noch. So. Was auch immer. Balle, haben wir noch ein bisschen Electronic Circuit? Ähm, ich glaube nicht. So. Falls auch immer ich da geredet habe, ich weiß es nicht mehr. Wurst. Möchte ich behaupten. MFE. So. Emorals mit Freundin Emorals. Wo bin ich eigentlich die ganze Zeit da rumgelaufen? Ich habe keine Ahnung, warum ich wieder da so ein Nonsenszeug gemacht habe. Oh, Pulverweiser. Toll. Hey, der Pulverweiser hat sich ja schon zur Hälfte aufgeladen. Toll. Oh mein Gott, wir haben noch einen Diamanten. Oh, geil. Ja, ja. Ja, ja. Wie gesagt, ich kann ja weinen gehen. Dann mach das. Ja, geh weinen. Und dann gehen wir auch mal die Kisten da unten ausleeren. Ah. Ah. Wie gesagt. Ich hab mal alles. Ich hab keine Ahnung, ich hab ich noch keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. So, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mehr gesetzt. Die Ahnung schon. Ach so, dass ich ganzes Wetter auf, aber auch man nicht nur an den Besuch aus, Sachs, so, sag, Maschinen gebastelt. Jaja, Sprich mich rein, wenn ich noch zum Kolonierer Jenaß. am lieb vor allem dann war die die Höhe nicht so wie sehr toll wenn man das machen und wird nach dem Kurs jetzt ja ich habe ich im ist jetzt mittlerweile glaube ich das ist ein Problem ja eben ich weiß auch nicht jüngst es tut mir leid aber auch mal ein Bild das heißt nur er hat behauptet was wollte ich eigentlich machen was er und so nach oben er es ist nicht der mit uns meine Lava gefallen müssen meine Oma ist eine Liga Philipp hat heute die beste Urlaub bei Leben das ist er und er hat keine Achso da Philipp ist bei seiner Oma immer noch mal der Hausaufwand und weil die aufweil auf sein auf ihr Haus aufpassen muss weil die weg sind wir haben Bauern und deswegen wirklich Bauern und da müssen richtig aus eine 2000er Leitung haben aber vielen Dank Philipp für diese sehr geistreiche Information so Tintin wie immer aber noch irgendwo Obsidian nein Paul achso da ist Philipp gefragt ja sehr gut so oh Uran neun ist deine Ohren Uran 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 Oh ah ups macht mir die so n Druck ach so ja da hab ich erzählt du bist du bist du ohne Max sag Druck Bioshock Folgen haben noch keine Beschreibung die muss er mit ändern wenn er sie hochledt wenn er sie hochladen hat er selber hochgeladen und da hat er die Beschreibung nicht geändert sondern nur dieses Standard das Standard Ding gelassen und Paul, lass mich ausreden. Hallo. So, und dann könnt ihr mal gucken, ob er sich bis jetzt schon geändert hat von alleine. Ich hab ein bisschen MFE dabei. Geht mal auf Bioshock Folge 19. Ah, der Jonas hat ein MFE gemacht. Vielen Dank, Jonas. Na klar. Den hab ich gebaut, Gründe. Achso, da hab ich ihn gefragt. Hast du den irgendwo abgebaut? Nein, den hab ich gebaut, Junge. Ja, ich weiß, ich fand das lustig. Ja, zu sagen. Das ist nicht in die Irre zu führen. Jetzt geh ich da hoch. Ich wollte da sein abbaut. Das wäre Mist gewesen. Ja, meine, ich bin nicht, das will ich doch meinen. Das will ich doch meinen. Hahaha. Oder witzig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh gefunden also ist jetzt nicht so schlimm Jonas und Diamond Hunting so ähnlich er das sucht nach Diamanten das braucht die MFD Diamanten Silber dann brauchen wir erstmal einen MV Transformer das stellt sich übrigens im Verlauf der Folge noch als ziemlich dumm heraus hier gemacht weil überhaupt kein brauchen weil ein MFD sowieso medium voltage man meine Schaufel ist was kommt aussendet deswegen ist das ziemlich Wurst aber auch hier haben so spielt das Leben ja ich hoffe wir haben Akku wir haben ein Kumpen Riep ein das ist er bloß dieses Nikolait Prozent Lund einst wenn er die Ruhe in die es nicht Prozent 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 dann haben wir uns einen Scheiß weg hier dann scheinen scheiß weg Paul wieder wenn Paul etwas brauchst du denn wieder alles hier was brauchst du denn Euro dann von der unserer Türe ich werde ihn gleich töten die Arme beste noch jemand geht kaputt tut er noch auch die Uranienzellen Ruhe das ist doch einfach das war zu tief Pelle Lüge so war bald gehen ich bin noch mitten am Tag meine Güte wie sie leiden gehen soll er eben das sollte doch leid tun muss auch ich glaube ich bin auch unter Druck ja ich bin auch unter Druck ein wenig ich bin so Krasse Hälfte haben wir schon nach zu kritisiert auch mal ab und kenne ich mich immer noch was für dich sehr schön Paul und die Köln-Tiebeln Habe ich dich hingebrochen? Achso, was ist das? Das ist echt schön! Au! Paul, was ist denn? Kann man dich da irgendwie hochheben? Mit G glaub ich Warte Oh, die haben die neue Gravity Gun erforscht Wissen Sie die wieder? Ja Habt ihr eine Gravity Gun? Ja Nein Toll Habe ich dich? Ja Ich hab Philipp Sie haben Sie haben Philipp Sie haben Philipp Sie sehen gerade einen Boll, der sich freut Letztes bekam ich von meinem Telefonanbieter eine SMS Sie haben Philipp Und da ist mir klar geworden, dass ich eigentlich noch nie Philipp hatte Aha Da hab ich gefragt, ob es mit irgendwas zu essen ist Post, oder? Und ob das irgendwas Auerbauch die Zellen Naja, ich mach die gerade Wunderschöne Stütze mit der Kennen-Geschi Die Wache ich gerade Das mit der Kennen-Geschi Die Wache ich gerade So, ein V-Transformer Die sinnlose Investitionen, die es je gab Tja Alle 150 Hätte ich das mal vorher gewusst Auerung 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 Alle und sieben ab So Geist Geist Nein Nein, da haben wir keinen Grappel Wieder kein Grappel So, jetzt lasse ich die Transformer auch noch liegen, was ich sehr schön finde Das ist krass, wenn man das im Nachhinein schaut. Paul, sprich mir nie rein. Das finde ich unfair. Philipp, warum bist du weggerannt? Ich wollte dir noch deine Gravity Gun geben. Ach, die ist für mich? Ja klar, ist die für dich. Ich habe eine Portal Gun. Aber du hast ja eine schwule Portal Gun. Aber sie funktioniert. Was, eine schwule Portal Gun? Oh Mann, jetzt komm doch mal zurück. Wui. Ja, die habe ich wieder mitgenommen. Ja, Paul hat die, genau, die Spiegel wieder mitgenommen. Aber die braucht man nicht. Ah. Weil man dann irgendwelchen Scheiß noch machen kann. Naja, egal. So special. Nein, ich habe das falsch gesetzt. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, was waren? Ich habe den Transformer abgebaut. Ach so, und da hast du jetzt Angst, dass es kaputt geht, wenn du es wieder abbaust. Ja, genau. Ja. Ja. Ist aber noch nie was kaputt gegangen, als du es wieder abgebaut hast. Doch. Warum machst du alles kaputt, Philipp? Ach, ich glaube. Doch. Weil er drauf steht. Perlmauer. Du alter Masu bist. Wie, das ist der Input. So. Was auch immer ich da gemacht habe. Ja. Also wie viele Putts jetzt? Ach so, ich habe gefragt, ob was der Input ist. Die drei. Putts. Philipp. Das ist. So. Putts doch selber, Paul. Das hat mehrere Outputs und ein Input. Sehr geehrte Leute. Paul, hast du jetzt die Penning Machine? Ich bin noch dabei. Mach schneller. Oh, jetzt habe ich gerade verminiert. Hi. Warum? Herein. Penning Machine, Tin, Electronic Circuit, Machine Block, alles noch legal. Ich brauche einen Electronic Circuit, bitte. Okay. So, eigentlich funktioniert ja alles. Warum funktioniert das jetzt nicht? Keine Ahnung, ich kriege es nur raus. Dass wir den Dieselgenerator zum Laufen kriegen, ist kein Problem. Ich habe ein Gummi, eventuell. Ich werfe dir mal Gummi hin. Philipp, braucht noch Gummis. So. Die brauche auch immer. Dann wollte ich mal was kleines probieren, aber es hat nicht funktioniert, deswegen ist es jetzt ziemlich silly, was ich mache. Naja. Oh, habe ich jetzt irgendwie in dem Mikro verstanden, als ich so hier gemacht habe? So, was mit dem Bienen und dem Fluss zu tun? Ja. Jetzt ist es auch egal. Naja. Philipp, gepäer. Mache. Oh, Paul. Alles müssen selber machen. So, das funktioniert nicht, deswegen war das ein bisschen sinnlos, was ich gemacht habe. Aber okay. Ich habe es schon reingetan. Komm, mach es wieder weg. Ja, ja, das muss weg. Okay. Sehr gut. Aber. So, und jetzt noch. So. Das, genau. Das. Genau, das. Und wieder hinsetzen. Sehr gut. Du bist schlau. Oh, so. Danke, Fab. Aber du bist ja, ich. Nein, gib her. Nein. Ich gehe mal noch. Nein, gib her. Wir brauchen noch. Gib her. Auch nicht schlecht. Aber dann mache ich mir noch ein paar mehr Eimer. So. Die hier brauchen wir. Und das hast du noch einmal. Normale funktioniert im Schlapp. Ich glaube, das habe ich den gefragt. Ich weiß es aber nicht. Kann ich die jetzt einfach hier oben dran bauen? Ich glaube schon. Plate Bending Maschine. Brauchen wir irgendwas viel? Oder haben wir irgendwas, wo ich da bestimmt hinzugehen muss, zu meinen? Kupfer, Diamanten, halt solches Zeug, was wir brauchen. Zinn, Eisen. Diamanten habe ich ja schon ein paar. Ja, Diamanten. So. Ja, ich habe ganz viele Empty Cells und ich wollte gerade runtergehen und Lava sammeln. Das wäre dumm. So, und so lange. Und jetzt habe ich an der Stelle mitgekriegt, dass das ist ein Scheiße, die ganze Aufnahme. Und jetzt hat das die gepackt, auch sie mich schwören. Hörst du mich? Kohle, 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 Kohle. Auch und auch. Wird ihr mich? Weil Leder füllt. Warte, nee, gleich habe ich gefragt. Achtung. Dann hat sie doch auch an den Zellen eingegangen. Nein. Wird ihr mich? Ja. Ja, aber können nicht hören. Sehr, sehr, sehr. Wusstest noch genau. Und das war das, die ich gerade ziemlich abgekackt hatte und deswegen nicht diese ganze Kackfolge nach synchronisieren musste, finde ich nicht so schön. Ich habe keine, keine Laufung, aber gut. Aber auch, dass ich nicht. Tja, weil das auch das CD die falschen ausgleichen. Das ist ja schön. Das ist das falsche Mikrofon, ja. Sehr schön, das ist jeden Fall. Und deswegen habe ich die Kackfolge nach synchronisieren müssen. Na ja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei FeetBees. Oh, jetzt geht es noch mal weiter. Wir haben dann natürlich noch weiter aufgenommen. Ich habe es Marakte. Ich bin übrigens der Ölbau und ich bat in Öl. Puh, ich habe gerade in der Wasserzelle der Automatik-Caining-Machine gemacht. So, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss nachfrekredieren. Jetzt ab nächstes Mal ganz wieder normal mit meiner Stimme. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tja, Leute. Tja, Leute. Vielen Dank.